Amigita guck wegen was Retzach, ohne eben dich, von Chamischi bis Schischi. Retzach dort, wenn Korboni lachmeli ischai. Ami soll makklig sein dem Korben Tomid. Und zweimal am Tag keves Echot. Das sein Babi kehr und a keves Ascheni, das sebe in Arboi. Und makklig sein, das in Arnefen, wie mis makklig an Nähler. Danach sagt man, was tut man, mis mancheinbeis amig, das schqaia. Und demut, er nit, nor amiz nit, mir chui, makklig sein, Korboni Tomid. Nor mit Tornit makklig sein, Korboni Tomid. Sogt das Teher, und meweiher, as Tmidin, itfielis knäge Tmidin Tickman. Ich schaß einbeis amig, das schqaia, und bin kemat Midin. Oder Teher, mis saken gewähm, an der Ingen Tfieler. Welche Tfieler, was ich kum, bin kemat Midin. Tfieler schal Beker und Tfieler schal Arbis. Tfielers von Beinarbay. Und sie darf sein, der Ingen von Nähler. Und mir sagt, was ist der Ingen von Korboni, was ist der Tatsch von Korboni. Korboni, der Tatsch, wie steht ihr mit Forschen, Ingen Schalkiru. Was ist der Tatsch, der Tatsch, von Korboni, aduro, duru, werter Ayi, der Makri-Vakorbon, werter noch mehr Nähnter zu dem, zu dem in Eris Makri-Vakorboni. Tfum verstander, keiche Banegeiz zu Tfieler. Aber wo sie der Ingen hat Tfieler, er betta, kehat erchen in den Lodden, das, der Riepsche, soll am Gämmen Sechel. Da noch betta, wenn ihr Riefe, Helium, und beware ich, als schon in Bechule. Aber der Tachlis, Hojikris, und Klolis von der Allinionemis, als er werdeu, der Ruf Nähnter, nieder Mäbisch noch mehr, wie er vor Gewehren Nähn. Nun, die Tfieler, mitzah der Tfieler, was er gedauert, nechten, oder mitzah der Tfieler, was er gesorgt, neidani, lefanecha, vikayetzi, was er. In der Tachlis, Ha'kiru, werter, wenn er im Akri-V, die Tfieler, was knägett, midim, tikken. Da noch so knä, a der Tfieler, darf sein, in Arnefische Leilow. Eber, Wilhoven, anemis in Kiru, mit neiberschen, idiosnit almenasselikabelszchar. Emishtak, er mekay, im Amistu, ammenasselikabelszchar, hat er mekay, im Gewehren dem Mieter. Aber anemis, her Kiruvis, idiospunkt, bishas, mezokt lahavdelah Kiru, von neim Menschen mit dem Zweiten. Es eber, werd mit dem nond, kdei, dur, drun, soll er verdienen geld, idiosnit kenheimis in nond, kai. Eber, werd mit dem nond, kdei, solom, merer, kovi, odi, fargini, gwe, kajetzi, was er, idiosnit dem heimis in nond, kai. Er meint sich. Und er nutzt des jemen, kdei, hemsel, zukum, nit, er werd zem nennt. Er macht von neim Azami, was durichem, zoleh konend der Grechen sein zweig. I zem ist tak, je benegist, was er dabei gegemienem, zdoke, wikajetzi, was er, ot jenner, der war i bakum in dem Miene. Ober, zogna, doodrufi, dosse akkorn na Mieti, nie dosse akkorn na Mieti. I der emis er innen hatviela, wo dosse teviela, tmiedi, i bishas, da sie zanel, se kuli, la'sher. Ot demult werdtos an emis er kilu. Dannoch zogt mi noch meere. As ven konner sich trachten, ven konner sein nont mit nebeschen, wer let noch sein nont in aneifem von neilo, wenn dosse bebekert. Abishas harum mi emis lichtig, lichtig mit teilo eilu ner Mietzre. Au kooponim lichtig begasch mit. Er hot mit keine dayis, wat mit keine zah, has vishore, keine sache, zem nitt mewau, boer hot alichtigen bebe. Ot demult mit teich nucha, o simcha, betul levo, ot tem yashe gewen sich, muzach machlid gewen, amedaf ver nont mit nebeschen, bis in aneifem von nebe. Bishas obe se kum ben herbei, as heptom werden tunkel. Unem weisse ches, abe menit azei lichtig, wissi daf sein behe. Odo sita ki bemis azei, od emus ole trachten, wegen misfalle sein, bako disborcho, om misfalle sein, schlee al menassle kabo pras, na eifem von neilo, er daf keidem kol, daf er basorgen sich, um basorgen die flume die kinde. Dennoch werd er trachten, wegen bemäbischen. Was eh zu werden, feier ma korne meire. So kminat a korboni lachmi, deselber korn, mit alli proti, zai ba bäke, un zai deno herbei.